Grüß Gott miteinander! Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, ich begrüsse euch zum heutigen Experiment. Das ist das Experiment Luft 3, Luft an der Waage und der Wetterfrosch hilft mir dabei, ich habe hier einiges dabei, das du aufstellen kannst. All diese Materialien findest du auch in der Wetterbox, also das Ganze kann man gut nachmachen. Und du zeigst jetzt, wie das Ganze funktioniert. Ich bitte dich, das aufzustellen. Wir haben hier einen senkrechten Stab. Ich versuche es mal. Und da eine Muffe. Ja. Und diese Muffe kannst du jetzt anmachen. Gut, mache ich das mal. Ui, ist schon schwierig. Aber ich schaffe es. So, geschafft. Sehr gut, ja. Dieses kleine Stämpchen musst du jetzt auch noch fixieren, ja. Das fixierst du senkrecht dazu. Und jetzt haben wir da einen Balance-Stab. Das Ganze gibt ja eine Waage. Und jetzt kannst du diese Waage kompletieren. So. Am besten in der Mitte, das machen wir das Ganze viel einfacher. Ja. So. Das geht nicht. Nein, aber es kann noch funktionieren. Zuerst musst du aber noch diese zwei Ballone aufhängen. Sie sind beide gleich schwer und haben eine gleich lange Schnur. Und deswegen geht das Experiment dann auf. Kein Mogeln, hä? Nein. Sehr schön. Es geht immer noch nicht. Ich habe hier einen Trick. Es sind noch zwei Wäscheklammern dabei. Die kannst du jetzt auf beiden Seiten fixieren und dann schüstieren. Damit das Ganze... Schüstieren. Also, ich versuche es mal so. Und dann mit deinem bisschen Gefühl, das hast du ja, kannst du das Ganze einrichten. Jetzt muss ich, glaube ich, hier mal nach innen bewegen. Das geht noch nicht. Schwierig für mich. Aber du schaffst es. Sehr gut, wette Frosch. Bin ich gut. Danke. Das ist die Ausgangslage des Experiments. Jetzt stellt sich die Frage, was geschieht, wenn wir so einen leeren Ballon ersetzen durch einen aufgefüllten Ballon. In diesem Ballon ist Luft. Die Luft wurde mit einer Fahrradpumpe hier reingepumpt, damit die Luft die gleiche Temperatur hat und auch nicht feuchter ist. Und jetzt stellt sich die Frage an dich, was geschieht, wenn man einen Ballon ersetzt. Ja, das ist eigentlich klar. Also, da ist Luft und da ist nachher auch die gleiche Luft. Das ist der gleiche Ballon, die gleiche Schnur. Das bleibt schön in der Balance. Doch. Denkst du? Ja. Was denken die Schülerinnen und Schüler? Da bin ich gespannt. Ja, am besten versuchen wir es mal. Du kannst einen Ballon ersetzen. Ja, also. Habe sowieso recht. Haha. Mach ich das? Danke, du kannst mir auch etwas helfen. Ja, ein bisschen helfe ich dir, ja. So. Siehst du jetzt, wenn ich das loslasse? Siehst du? Du musst es ganz loslassen. Jetzt bist du derjenige, der mogelt. Ach, das ist jetzt zu schwierig für mich. Was meint ihr, Schülerinnen und Schüler? Ihr dürft diskutieren in der Klasse. Es gibt auch noch Lösungen dazu, die sind im Begleitheft zu finden. Und da schauen wir jetzt auch mal nach, damit ich dir das Ganze erklären kann. Danke, das ist zu. Ja, das ist zu.